Das letzte schreibe ich einfach was schreibe ich zum schluss hin, mein gott Doch, feierabend, da war sie auf jeden Fall nicht dabei, ah hier ist es dabei, da muss ich machen Sag ich doch Hi bro, you're meh Wie scheiße, jetzt habe ich Musik ausgemacht. I like doing booze heißt beides, ne? Ja, both. Both heißt beides, ja. So, er wollte nur das richtige Ziel, ne? Anziehen, ja. So, jetzt habe ich's. Na, super. Jetzt darf ich das andere überbraten oder was? Ja, jetzt darfst du im Endeffekt Inventar aufmachen. Und dann ganz unten links in der Ecke ist ein Hammer mit so einem, mit was anderem. Oh, also für mich ist das ein Schwert und ein Dreieck hier. Sorry, ein Schwert und ein Dreieck, ja. Danke. Tut mir leid. Und dann? Und dann auf deine Hongwun-Waffe mit dem Amboss. Ah, ah. Genau. Und dann zeigt er dir im Endeffekt alles an. Ah, ja, ja, gut. Ja, ist ein bisschen anders als auch ein Russen-Ding, ne? Ja, wie gesagt, ich kenne es ja vom China-Server. Oh, ja. Oh, ja. Eine Waffe fehlt. Oh, ja. Oh, ja. Nice, dann ist es ja. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich? Das Ding will mich sowas vom Flachsen, ne? Jetzt habe ich es selber gezogen, ne? Wusstest du, dass man auf unseren Servern jetzt sogar Leerzeichen reinpacken kann in den Namen? Okay. Sehe ich gerade. Also hier steht gerade eine. Yara-Mailing. Oder Mailing? Hä? Mit Lästern? Ich habe das Ding doch schon voll gemacht. Wir haben ihn das jetzt gezaubert. Das kann auch sein, dass du das mit einer Waffe komplett vollpusht, ne? Im ersten Versuch. Oh. Ich gehe jetzt nochmal kurz ins Ding hier. Das kann ganz schnell gehen. Ja, ich habe das gerade festgestellt. Oh. Oh, hier war noch ein Quest. Achso, okay. Ne, den Chat kann ich dann da nicht hinpacken. Das heißt, der Chat muss ich hier hin. So. Wie weit bist du? Können wir weitermachen? Ja, warte. Ich mache nur kurz hier noch kurz verkaufen. Ganz ein Crack. Was ich nicht brauche. Mhm. Weißt du, wir brauchen eigentlich noch das Trainingstatt oder kann ich das einfach verkaufen? Kannst verkaufen. Ja, danke, dass man das nochmal auch nicht braucht. So. Jetzt können wir runter hier. Was wollen wir denn erst rechts hier? Das war aber schon mal nichts. Ne, das war er nicht. Das ist er auch nicht. Hier ist er. Ja, da ist er. Sehr schön. Das war's schon. Wir sind schon durch. Wir können schon weiter. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte ihn einfach nur noch mal schlagen. Aber voll geil. Selbst der Schweif, der wird wirklich komplett durch die Kante. Na klar. Da sieht man mal, wie schön CryEngine 3 aussehen kann. Ja? Wollen wir hurryen? Ja komm! Und hurryen wir doch mal. Und dann die Blumen. Lass mal in das Dorf reinrennen. Ich bin schon. Ich lohne mal alles zusammen. Ich komme dann mal mit ner AOE rein. Hä? Ach ne, die Kiste steht jetzt hier. So, hab ich jetzt auch schon bekommen. Genau, ey. Guck dir mal das Outfit an, was ich trage. Guck dir mal das Outfit an, was ich trage. Hä? Hör mal, stehen da. Okay, wo ist das jetzt schon wieder her? Ach, du hast einfach gar nicht gezogen, oder was? Nee, nee, das hatte ich gekauft. Voll geil, Alter, meine Augen sind die ganze Zeit zu. Siehst du das? Muss man immer ins Gesicht gucken. Jo. Das ist gay. Nix ist gay. So, fertig. Gleich in den Dungeon, ja ne? Wie fehlt noch einer? Gehen wir gleich in den Dungeon, ne? Ja, sicher. Und dann gehen wir da alles zusammen auf. Genau. Cloud. Hm? Hm? Warte so... Ich... Reif den an und nichts passiert, ey. Ja. Wie krieg... Wieso... Du bleibst? Ja, ich krieg immer noch Ladescreen, Alter. Das ist ja mal ein Ding. Ich muss das Spiel demnächst mal auf die SSD packen. So wie ich. Ja. Ich war schlau genug, davon einfach eingleich zu tun, ne? Ja, auf der SSD hast du absolut so gut wie gar keine Ladescreens. Äh, wann bist denn du morgen wieder da? Äh, kann ich noch nicht genau sagen. Okay. Weißt du, wann ich morgen früh eigentlich... ... brauchst du lange mal ins Bett, ne? Musst du raus, oder was, morgen früh? Ja. Ich glaube, wie ne Möglichkeit der Kinkse zu machen. Was zu machen? Äh... Waffe wegzustecken vorher schon? Mhm. Ja doch, X glaub ich war das oder so. Nee, X war das nicht. Nee, keine Ahnung, ich glaub das geht nicht. Nee, ich glaub das geht nicht. Doch, C! Nee, aber nicht bei mir. Doch, C! Ja, bei mir geht das ja nicht. So, mal ein bisschen was luren hier. Ja. Warte kurz, 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 warte kurz. Und GO! Ja, hast du gesehen wie schnell das geht? Ja. Das ist so easy, Chippies, p-p-cheesy. Sehr schön. Ja, das ist super. Ja, das ist so easy. Was ist die neue Waffe? Warte kurz, ich bin zum Beispiel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist die neue Waffe. Das ist das. Was ist das? Oh, ich darf die Kiste öffnen. Oh, cool. Glückwunsch. Dann öffnen wir sie auch gleich. Was ist das? Wenn du den Edelstein gezogen hast, dann kannst du dich glücklich machen. Bargain Fragment Pouch. Wie bitte? Bargain Fragment Pouch. Halt mal bitte Steuerung gedrückt und drückt mal mit linker Maustaste drauf und schreibt das mal in den normalen Chat. In den normalen Chat? Wie kann ich jetzt auf normal gehen? Slash N davor. Wie normal. Steuerung. Links klick. Nach ganz vorne. Slash N. Leerzeichen. So? Alles gemacht? Nö. Nö. Ach nee, Quatsch. S. Sorry. So zum Beispiel. Ah, guckst du da. Ach das. Bargain Fragment. Ja okay, da sind so Triangular-Dinger drinne. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du in deinem Inventar guckst, in der Mitte. Da ist so ein Gather the Integral to list to bla, schieß mich tot bla. In der Mitte dieses Kreis. Und da kannst du bei Gem Socket kannst du gucken und dann brauchst du drei Triangular Gem Fragments. Und wenn du drei von den Dingern hast, kannst du dir eine Square Gem Kiste bauen. Das gleiche gilt halt für alle anderen. Und das, was in der Kiste drin ist, kannst du in deine Waffe ziehen. Da kannst du dann zum Beispiel Additional Damage kriegen und so weiter. Also dass deine Waffe mehr Damage macht. Oder dass du immer wenn er Crit macht, du hast... Oh, ich habe vier Triangular. Ja. Und immer wenn er Crittet und so weiter, dann kriegst du Leben wiederhergestellt und so. Und als Blade Master ist das echt lebensrettend, Alter. Weil du Crittest eigentlich so gut wie bei jedem Schlag. Und ja, wenn du auf einmal so 25 Gegner da vor dir stehen hast und du ziehst da so einen Lightning Slash durch oder so und der Crittet, dann hast du erst mal volles Leben wieder. Einer, wie kann ich jetzt die Kiste herstellen? Du musst dann da draufklicken und klickst du auf Square Gem Kiste und dann brauchst du fünf Kupfer und dann kannst du die herstellen. Ach, da unten. Genau. Unten dann auf den Button. Ah, ja, ja. Ich habe die... Und dann kriegst du so eine Kiste, dann machst du die Kiste auf und dann ist ein Stein drin. Ich habe die Kiste bekommen. Jetzt habe ich die Kiste bekommen. Machst die Kiste auf. Okay, aber okay, aber okay. Ich habe 90 additional Damage. Zeig mal. Da bin ich die Hung-Man. Hade. Additional Damage Trigger on Attack. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du angreifst, mach dann 90 Damage mehr. Ist gar nicht mal so schlecht. Noch besser ist der Stein. Moment. Sag ich dir. Wo sind die Jungs denn?